So liebe liebe Freunde, wenn es draußen regnet, gliedeln wir in der Werkstatt. Hier ist ein Wildzaun um unser Blumenfeld. Vordurch ein alter Eisenzaun, den wir im Eglado ersteigert haben. Und hinterdurch kommt dann ein normaler Kunststoffmaschendrahtzaun. Stöhnen Teichern Musik 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 Es ist jetzt 20 nach 6, Bauer Hasi macht Feierabend. Er will Fernsehsendung schauen, Mini Bates, Dini Bates. Die Schweizer kennen das, ich empfehle das auch euch in Deutschland. Schaut doch mal rein, 20 nach 6, von Montag bis Freitag, immer ein Gasthaus wird da bewertet, Testessen, sehr spannend. Und ja, die Sendung läuft schon, ich bin 2-3 Minuten zu spät. So, da sind wir jetzt in meinem Reich, das ist unser wunderschöner Saal. Der ganze Saal bietet Platz für bis zu 100 Personen, wir können den jedoch unterteilen in 3 klindere Saale. Der Saal allgemein eignet sich natürlich wunderbar für Hochzeiten, für Geburtstage, Taufessen, da kann man aber auch sehr gut Seminar durchsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank.